Ja, liebe Jürgen Treinte, jetzt werden wir die High-Way-Ferze getauschen. Wir werden schnell mal auf den Dreschen und schauen, was da reinläuft. Und wir werden schnell belastet, wenn wir gleich noch das Wasser übernehmen, Läuft nicht schlecht. Der Trascher-Fahrer ist zufrieden. Geht gut. Das einzige Problem ist, ich habe eine zweite Generation Erbsen drin, die jetzt noch grüner aufkommen. Ich hoffe, die können die rausreinigen, aber sonst muss man dann runter trocknen, grüne Erbsen.